In Deutschland stehen jedem Kind pro Monat 219 Euro Kindergeld zu. Und dennoch hängt nirgendwo so sehr der Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern ab wie hier. Wir wollen das ändern mit dem Kinderchancengeld. Mit dem Kinderchancengeld wollen wir die Ungerechtigkeiten beseitigen, die aus dem unterschiedlichen Einkommen der Eltern entstehen. Es besteht aus einem Grundbetrag, einem Flexi-Betrag und einem Chancenpaket. Der Grundbetrag steht wirklich jedem Kind zu, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Der Flexi-Betrag wiederum orientiert sich am Einkommen der Eltern, um wirklich individuell fördern zu können und individuell auf die unterschiedlichen Einkommen der Eltern einzugehen und diese Ungerechtigkeiten auszugleichen. Das sogenannte Chancenpaket ist dann ein immaterielles Paket, das Leistungen zur Förderung von Kindern beinhaltet, wie beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Musikverein, in einem Sportverein, Musikunterricht, andere Leistungen, die vielleicht Kindern aus sozioökonomisch schlechter gestellten Familien helfen können, bessere Chancen zu erhalten. Wir sind der festen Überzeugung, dass junge Menschen frei und unabhängig über ihren eigenen Lebensweg bestimmen sollten. Leider wird im aktuellen System diese Freiheit vieler Kinder eingeschränkt durch das limitierte Einkommen vieler Eltern und dadurch erhalten sie nicht die Chancen und die Förderung, wie ihnen eigentlich zustehen sollte, damit sie das Beste aus ihrem Leben machen können und ihren individuellen Lebensweg so verwirklichen können, wie sie das möchten. Das Kinderchancengeld ist unser Angebot für eine freie und unabhängige Zukunft unserer Kinder. Bildungserfolg darf nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wenn auch du willst, dass in Zukunft nur noch jeder selbst für seinen eigenen Bildungserfolg verantwortlich ist, am 26. September mit beiden Stimmen die Freien Demokraten wählen.